ja hallo liebe messerfreunde und herzlich willkommen hier zurück auf meinem kanal und herzlich willkommen zu einer weiteren kurzen messer vorstellung ja ihr habt dem titel sicherlich schon entnehmen können und ihr seht ja auch schon was hier auf meinem tisch liegt heute soll es ja um den absoluten budget knaller gehen und zwar möchte ich euch heute ein modell der firma remet vorstellen diese firma hatte ich schon immer wieder mal gehört gerade so in amerikanischen youtube videos tauchte diese marke immer wieder mal auf aber hier in deutschland habe ich ja davon nichts wirklich mitbekommen in den usa wohl ja in anführungsstrichen so eine amazon marke hier bei uns bei amazon nicht verfügbar aber ich habe die dann vor einiger zeit bei knifestock entdeckt knifestock ein slowakischer messer shop oder messer outdoor bushcraft shop und die haben diese marke im sortiment wohl auch noch nicht allzu lange und da habe ich mal ein bisschen geschaut und ja bin dann auf dieses modell hier gestoßen heute möchte ich euch das remet rino vorstellen hier der name dann hier der wahrscheinlich die abkürzung beziehungsweise die der modellname in buchstaben und zahlen made in china und mehr hinweise haben wir hier auch nicht auf der verpackung ja ihr wundert euch wahrscheinlich warum hier zwei kartons liegen kann ich euch ganz einfach erklären ich habe mir gleich zwei modelle gekauft also zweimal das gleiche also nicht dasselbe sondern das gleiche modell einmal in all black und einmal in einer anderen version und zwar einfach aus dem grund weil diese messer um die 34 euro pro stück kosten und ich kann euch jetzt schon sagen für 34 euro bekommt ihr hier ein wirklich tolles messer mit guter verarbeitung und ja das ist einfach einfach knaller was ihr für knapp 35 euro bekommt ja sollten euch meine videos gefallen dann lasst mir doch bitte einen daumen nach oben da lasst mir ein abo da lasst mir ein kommentar da damit unterstützt ihr mich und meinen kanal und macht mir zudem wirklich große freude ja wie schon gesehen chinesische firma sagte mir wie gesagt nicht wirklich allzu viel aber ich dachte mir für den preis checkste das einfach mal aus und schaust mal ob das was ist remet ähnlich wie viele andere chinesische hersteller haben ein premium segment das sind in der regel folder mit titan und hauptsächlich m390 als klingstahl aber remet hat auch eine nennen wir sie budget linie oder eine preislich günstige linie da gehören einige modelle zu wie unter anderem hier das reno so jetzt zeige ich euch mal wie das ausgeliefert wird hier in diesem ganz einfachen pappkarton das ist wirklich nichts besonderes nicht besonders dick auch nicht besonders hochwertig verarbeitet aber das ist völlig in ordnung ich brauche hier keine keine super holz boxen oder sonst was das ist völlig ausreichend was ich schon mal klasse finde ein messer was 35 euro kostet also das ist der preis bei knifestock das ist auch ein reduzierter preis ich glaube der original preis liegt so bei 50 euro also beziehungsweise ich habe die mal auf den amerikanischen kanälen gegoogelt da liegen die preislich bei ja ich glaube so knapp um die 40 dollar die teile kommt schon mal in einer pouch das finde ich schon mal sehr gut vor allem wenn man sich mal überlegt in welchem preissegment wir uns hier bewegen die pouch ist jetzt nichts besonderes das ist hier irgend so ein cordura stoff oder sowas aber das ist okay das wirkt erst mal wertig das ist jetzt nicht super dünn und leicht und billig der reißverschluss funktioniert auch wunderbar in ist das ganze ein bisschen gefüttert ohne stecktasche einfach nur so zum reinlegen des messers das ganze war hier noch mal in diesen plastiktütchen verpackt und das einzige was da noch bei ist ist ein mikrofasertuch keine aufkleber keine hardware etc brauche ich auch nicht und ganz ehrlich für den preis von gerade mal 35 euro aktuell bei knifestock ist das einfach schon klasse dass überhaupt eine pouch dabei ist so den pack ich jetzt nicht aus denn hier ist genau die gleiche tasche drin und genau das gleiche poliertuch kommen wir mal zu den messern ja wie ich schon erwähnt habe ich habe mir von dem modell reno gleich zwei versionen geholt und zwar ist es einmal diese und einmal diese ja schauen wir uns das modell mal ein bisschen genauer an wir sehen hier schon ist eine mikata griffbeschalung wir haben edelstahl liner wir haben den clip der nicht umsetzbar ist von der verarbeitung her sehr ordentlich das muss man auf jeden fall schon mal sagen ja schauen wir uns das ganze mal an sehr schöne klinge ja so ein misch masch aus ich sag mal harpoon und clip und und drop point klinge ganz leichter recurve hier unten drinnen in der schneide aber wirklich nur minimal ansonsten haben wir hier ein mattiertes finish wir haben einen flachschliff der so zu 70 prozent ungefähr hochgezogen ist wir haben hier noch eine kleine switch im mittelbereich wir haben einen angedeuteten klingendurchbruch und hier noch eine ebene mit flats die schneidphase ist sehr sauber und ordentlich angebracht auf der show set haben wir hier lediglich den schriftzug remet ansonsten keine weiteren beschriftungen das ist für mich soweit okay auf der rückseite haben wir gar nichts an beschriftung kein stahlmarking keine unnützen seriennummern oder modellnamen gefällt mir schon mal sehr gut wir haben hier daumen pins die beidseitig angebracht sind das ist unter anderem auch eine der öffnungs möglichkeiten ja ansonsten klingstärke hier etwa drei millimeter hier hinten an der dicksten stelle und hinter der phase haben wir hier ungefähr ja ich würde mal sagen so ein bisschen was über 0,4 mm vielleicht 0,41 0,42 sowas in dem bereich also schon ganz vernünftig und diese messer ab werk sind wirklich gut scharf also ihr seht dass das geht hier ohne probleme durch das ist alles sehr vernünftig besonders wenn wir uns hier wieder mal den preis von im moment bei knife stock wie gesagt circa 35 euro anschauen ja so viel zur klinge beziehungsweise wir gucken uns mal gleich die öffnungs möglichkeiten an wir haben hier nämlich wirklich diverse möglichkeiten der öffnung wir haben ein front flipper wir haben daumen pins wir haben den button lock und wir haben wie gesagt diesen angedeuteten klingendurchbruch also ihr habt die möglichkeit das ganz normal über die daumen pins zu öffnen ihr habt die möglichkeit dass über den front flipper zu öffnen ihr habt die möglichkeit das ganze über den button lock selber zu öffnen das geht wunderbar und ihr habt die möglichkeit dass über diesen angedeuteten klingen durchbruch mit dem reverse flick oder auch mit dem flick über den daumen von oben zu öffnen also viele optionen dieses messer zu öffnen ja ihr seht schon der klingen stand ist nicht ganz mittig das liegt aber daran dass ich hier schon ein bisschen hand anlegen musste denn ab werk war die action nicht ganz so gut wie sie jetzt ist das lag einfach daran dass die achsschraube zu fest gezogen war und ich vermute mal ich habe es jetzt nicht auseinander gebaut aber hier auch so ein zähflüssiges schmierfett wahrscheinlich drin verwendet wurde wie real steel das eine ganze zeit lang gemacht hat von daher musste ich da an der klingen achse ja ich habe die eigentlich nur einmal gelöst und wieder ein bisschen fest gezogen und seitdem ist die action wunderbar ganz locker und leicht und sehr weich wir haben hier ein echt stramm detent also der sitz der hält die klinge wirklich richtig fest deswegen die öffnung über die daumen pins da muss man schon ein bisschen druck aufbauen wenn man den aber an der richtigen stelle trifft und den impuls gut setzt springt das ding wunderbar auf ja also der klingen stand wie gesagt nicht so ganz hundertprozentig beim anderen modell also bei dem modell hier in schwarz ist der klingen stand besser auch nicht perfekt definitiv nicht perfekt aber es ist okay kann man sicherlich noch nachjustieren habe ich noch nicht gemacht weil die erst mal ja weil ich die erst mal ein bisschen bespielt habe ein bisschen getestet habe und alles was kosmetisch ist das kann man dann sicherlich im nachhinein noch richten dass auch der einzige wirkliche kritikpunkt den ich an diesen messern habe einfach die action abwerk nicht wirklich gut und die der klingen stand jetzt auch bei ja ich sag mal ganz leichten klingenspiel nicht hundertprozentig mittig ansonsten wirklich ein messer mit guter verarbeitung ich gehe davon aus wenn ich das ganze hier ein bisschen richte und nachziehe wird sich die klinge auch wieder im mittelmaß einfinden ich hole mal kurz einen schraubendreher und gucke mal ob ich das hier vielleicht sogar jetzt schon ändern kann was bei dem messer ich will nicht sagen das problem ist aber wir haben hier nie kriege ich jetzt tatsächlich nicht hin denn ihr seht schon wir haben hier auf beiden seiten achter talks und es dreht sich mit das heißt ihr braucht um das hier zu lösen und festzuziehen noch einen zweiten achter talks um das ganze zu kontern das denke ich mal auch noch so ein kleiner kritikpunkt dennoch für 35 euro ist das nehme ich das in kauf ist es okay so viel jetzt erst mal zur klinge und zum klingen standen den öffnungsmöglichkeiten kommen wir zum griff ihr seht wie gesagt wir haben hier eine mikata griff beschalung wunderbar aber mal gucken ob das hier auch achter talk sind nee das sind sechser talks hier im griff ja das mikata poliert beziehungsweise nicht nicht wirklich naturbelassen dennoch eine gute griffigkeit guter haptik nicht zu plastisch das ist okay verarbeitung wirklich gut natürlich nicht perfekt ne ihr seht dass hier der leider ist hier zum beispiel der steht hier ein raus hier ist er eher hier steht da auch ein bisschen über aber ich vermute auch dass das so gewollt ist ansonsten alles doch gut angepasst das ist okay backspacer hier auch aus mikata hier über den steht noch die möglichkeit dass ihr dann lanyard durchziehen könnt ansonsten offene konstruktion die liner gucken ob man das hier sehen kann leicht ausgefräst hier in dem bereich hier auch ja hier kann man das sehen um ein bisschen gewicht zu sparen ansonsten wir haben hier noch ein jimping auf dem klingen rücken das hat jetzt nicht unbedingt so viel es ist okay es hat ein bisschen traktion das ist glaube ich auch hauptsächlich da für den front flipper um das ganze halt über den front flipper zu öffnen dass ihr hier einfach ein bisschen mehr grip habt ja wie schon gesagt edelstahl liner wir haben einen deep carry pocket clip auch wieder klasse versenkte schraubenköpfe versenkter clip richtig richtig gut und das für ein messer im preisbereich bei ungefähr 35 40 euro absolut absolut klasse das muss man einfach mal sagen hier sieht man es noch mal schön die liner doch relativ großflächig ausgefräst der clip ist wie gesagt nicht umsetzbar also für die linkshänder ja vielleicht nicht ganz so schön mich persönlich tangiert das nicht ich bin kein links händer von daher für mich ist das okay action ist wie gesagt jetzt wirklich gut läuft auf keramischen kugel lagern das ganze auch bei dem schwarzen modell hier war sie von anfang an besser als bei dem modell also da ist die qualität sicherlich auch ein bisschen schwankend obwohl ich hier auch ein bisschen an der achsschraube gedreht habe aber wie gesagt der klingen stand hier längst nicht so unmittig wie bei dem modell hier unmittig gibt es ein wort naja ihr wisst was ich meine ansonsten das messer hier genau gleich lediglich dass wir hier eine schwarze klinge haben und ein schwarzes bzw dunkel grau schwarzes mikata ansonsten baugleich und da ich mich nicht entscheiden konnte habe ich einfach beide modelle genommen ansonsten die handlage die ist gut für mich ein dreieinhalb fingermesser könnt ihr hier gut den daumen auflegen oder hier vorne wenn ihr noch ein bisschen weiter nach vorne greift in die mulde das passt auch alles gut anschlag pin hier verriegelt sauber kein klingenspiel auch bei dem modell hier kein klingenspiel so gucken wir uns schnell noch die maße und das gewicht an und machen wir noch einen kleinen größenvergleich tja wenn ich jetzt wüsste wo mein bandmaß ist gut messen wir das ganze nicht nach machen wir nur einen größenvergleich das müsst ihr auch reichen die technischen daten die könnt ihr dann ich verlinke euch den bezug in der video beschreibung da könnt ihr euch auch die technischen daten anschauen ja gucken wir uns das ganze mal an im vergleich zu einem para 3 von spider co und da seht ihr sind wir ziemlich gleich aufgestellt sowohl was klinge angeht als auch was griff angeht hier natürlich mehr schneide beim remet reno weil wir hier kein scheul haben das finde ich hier sehr schön gelöst lediglich wenn wir das hier mal als schleif kerbe bezeichnen wollen eine kleine schleif kerbe klinge schneide noch weiter nach unten gezogen als der griff finde ich auch super zum schärfen ideal und kaum schneide verschenkt gefällt mir persönlich sehr gut ja also abmaße ähnlich wie beim para 3 gucken wir uns das ganze immer noch zum benchmark reptilian an da sind wir von der klinge her beim reptilian vielleicht ein anderthalb zentimeter mehr klinge und ich sage mal vielleicht auch anderthalb zentimeter mehr griff also jetzt kein wirklich großes messer aber auch nicht mehr wirklich kompakt also hier noch mal zu einem 91 mm modell von victorinox und da seht ihr schon das ist schon ich sag mal halbwegs anständig großes messer so ja kommen wir zum fazit das ist durchaus ein messer was zu gefallen weiß mir persönlich gerade wenn ich mir den preis vor augen rufe bin ich hiermit völlig zufrieden einziger kritikpunkt wie gesagt war ab werk die action und jetzt im moment der klingen stand der war wie gesagt nicht von anfang an so ja da muss ich mal gucken ob ich das bisschen nachjustiert kriege beim schwarzen modell wie gesagt deutlich besser das ganze das wirklich der einzige kritikpunkt ansonsten konnte mich dieses messer wirklich positiv überraschen performance materialien wir haben hier übrigens den 14 c 28 n sandweg stahl sehr gute wahl wie ich finde für dieses messer budget stahl der ja sich wirklich großer beliebtheit erfreut ich bin gespannt wie der sich dann hält wie remet den wärme behandelt hat das werden wir dann erst im laufe der zeit sehen ansonsten wirklich ein messer mit sehr ordentlicher verarbeitung mit guten materialien mit einem schönen design wie ich finde mit einer tauglichen klingen geometrie mit einer wirklich tollen schärfe out of the box mit dem deep carry pocket clip versenkte schraubenköpfe versenkter clip und das in der preisklasse also da könnt ihr eigentlich nichts falsch machen gibt noch ein paar andere budget modelle von remet bei knifestock die ich da entdeckt habe und halt auch einige der premium modelle wie gesagt ich verlinke euch die beiden teile hier in der video beschreibung bei interesse checkt ihr das einfach mal aus und vielleicht ist das ja mal eine option für ein echt kleines kleines geld da doch ein taugliches gut verarbeitetes messer zu bekommen so das war's dann auch ich bedanke mich natürlich wie immer fürs reinschauen und sage tschüss bis zum nächsten mal